Das Jahr endet sich gerade zur Neige zu und ich wollte mal kurz so meine Top Ten der veröffentlichten Musikalien dieses Jahr hier mal rausschauen, das Ding ranken und hier mal so kurz meine Meinung dazu rumflüstern. Genau, kommen wir direkt mal hier zur Sache und zwar auf Platz Nummer 10, eine Band aus Spanien und zwar, nein nicht Sancturarium, die haben mich sehr enttäuscht, also nein, aber das andere Projekt von diesem Nekrohelm hier und zwar Troll Cave mit dem Album, jetzt muss ich das hier ablesen, Aberration of the Abyssal Trespasser oder Tripasser oder so, wird natürlich auch mal als EP deklariert, aber ich weiß nicht. Für mich ist das ein Album, zwei überlange Songs sind hier drauf, plus minus mit Intro, Outro und geiler, geiler, ach was, wie nennen sie es nochmal, ich gucke mal hier, Necrotic Death Doom. Und ich glaube, das beschreibt das Ganze super gut, weil das ist so, ach, und Gurgel und was ein bisschen, ähm, ne, ähm, undergroundig produziert und, mhm, so mag ich meinen Death Metal, ne, schön verwest und abgehangen, geil. Ja, auf Platz Nummer 9 hätten wir die geilen, geilen Siverus mit Maze Envy und, ähm, das Album ist der Hammer, das ist so geil produziert, super geiler Death Metal, ähm, auch, äh, schön, ein bisschen so in die Doom-Kerbe reinhauend, ne, und, ähm, ja, die letzten zwei Tracks sind hammergeil, ne, der Titeltrack und Gary on the Plummet, das sind so geile Songs. Aber der Rest, der ist nicht von schlechten Eltern, das ist, äh, Death Metal, wie man ihn mag, also, beziehungsweise ich, ja, ich bin irgendwie hier, das ja, äh, absolut wieder im Death Metal-Hype und so weiter und glücklicherweise sind da richtig geile Sachen rausgekommen, ne? So, dann hätten wir hier Platz Nummer 8 und mir fällt gerade auf, das hat fast dieselbe Kolorierung wie die Siverus, ist aber kein Death Metal, sondern, ähm, ja, was ist das? Synthwave, äh, Keller-Synth, Dungeon-Synth, ähm, Chip-Tune, irgend sowas in der Richtung, aber richtig geil gemacht, mit einer unglaublich coolen Atmosphäre und auch so ein bisschen lustig, ähm, ja, natürlich Merlina So Sad mit Burzum Kingdom, ne? Da werden ein paar Burzum-Songs gecovert und das Ganze auch in, äh, ja, sehr kreativ und auch manchmal ein bisschen zum Schmuncheln, ähm, ich finde das saugeil und, ähm, ja, hier schön abwechslungsreich auch, also, und richtig cool, also, das ist eine schöne Atmosphäre, hat mir sehr gut gefallen, äh, höre ich immer noch ganz oft im Auto und das Ding erfreut mich einfach, ein schönes Teil. Auf Platz Nummer 7 hätten wir It Beckons Us All von Dark Throne. Ja, natürlich, wenn Dark Throne irgendwie mal ein Album rausbringt, denn in dem Jahr sind sie bei mir natürlich in der Top Ten vertreten. Muss so sein. Ne, muss nicht so sein, aber ich muss ehrlich sagen, das Album gefällt mir richtig gut. Das ist wieder so richtiges Old-Metal-Worshipping. Also, hier, hier hört man ganz viel alten Metal-Rauch und es ist irgendwie saumäßig inspiriert, also mir kommt so vor. Nicht jeder mag das, aber ich bin so ein Fan davon, ich mag dieses geile Riffing. Ach, diese, diese Naivität auch, ne? Aus dem frühen, äh, Metal, den man noch kennt und liebt, vor allen Dingen. Das war noch Zeiten, will man da sagen, ne? Und aber ich, ach, ich liebe das, das ist so richtig geiler, kauziger Metal. Also, ähm, die, die, das Album finde ich geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Dark Throne, It Beckons Us All. Lecker! Ja, und dann kommen wir direkt schon zu Platz Nummer 6. Und das ist gar nicht so weit weg von Dark Throne, weil hier macht auch der Fenris mit. Und zwar Coffin Storm mit Arcana Rising. Ja, die finde ich so einen kleinen Tick besser als die Dark Throne. Hier ist allerdings mehr so, ähm, hier ist auch sehr viel Celtic Frost drin, bisschen mehr noch Manier Road. Ähm, ne kleine Prise, äh, Candlemas, also die alten Candlemas, Epicus, Dumicus, Metallicus. Und das Ganze ist auch wieder so, so ein Old, äh, Metal, Worshipping und, ah, so geil und so trocken. Äh, war, glaube ich, auch die Arschbombe des Monats irgendwann im Rockhard oder Metal, haben wir keine Ahnung. Ähm, kam nicht, äh, überall gut an, aber meine Fresse, ich mag das Teil sehr und das auch, das läuft sehr auf dem Auto noch. Und, äh, feier das ab und so, das ist so richtig geiles Metal-Feeling. Geht mir saugut ab. Auf Platz Nummer 5 hat sich noch in den letzten Wochen hier so ein kleiner, geiler Kandidat eingeschlichen bei mir. Und zwar Pro Richstu oder so, äh, er sagt es am Anfang, aber ich kann mir das nicht merken. Von Rotting Christ, die ich bis jetzt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, immer ignoriert habe und auch nie so gut fand. Ich hab echt immer versucht, mich da reinzuhören, aber irgendwie hat das nie so geklappt. Und hier an das Ding hab ich reingehört und hab gedacht, fuck, was ist denn das? Das ist ja saugeil. Das ist, als ob, ähm, ja, irgendein kommerzieller Metal-Produzent, äh, die, äh, Macabre Omen, ähm, die, äh, Gods of War at War produziert hätte. So klingt das hier. Klar, Rotting Christen aus Griechenland sind auch älter als Macabre Omen. Aber das hier klingt echt geil und auch irgendwie so ein bisschen kommerziell und eingängig vor allen Dingen. Also da sind Melodien vor allem dabei, wo ich denke, Alter, sind die geil. Die bleiben im Kopf hängen, das gibt Ohrwürmer ohne Ende und ich mag die Atmosphäre von dem Album und ich lieb das von vorne bis hinten. Ich mag das, das läuft sehr oft noch bei mir und, ach, das ist, das ist ein schönes Album. Gefällt mir sehr, sehr gut. Lecker. Auf Platz Nummer 4 ist eine Band, die macht ganz, ganz langsamen Death-Mittel und hat ganz viele Mitglieder von Blood Incantation. Genau, Spectral Voice mit ihrem Album Sparagmos oder Sparagmos oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und das Ding, ach, ich finde das so geil. Ja, es ist langsam, ja, es ist, ne, ähm, behäbig, aber genau das mag ich. Das ist so richtig geiler Death Doom, Funeral Death, ich weiß es nicht. Ach, hat so geile, feine Melodien, hat eine richtig geile, ich liebe das Ding. Wäre bei mir beinahe so aus den Top 10 eigentlich rausgefallen. Ich habe das schon so ein bisschen verdrängt gehabt. Dann habe ich es letztes Mal wieder vom Einschlafen gehört und habe gedacht, Alter, ist das gut. Ach, ich liebe das Teil einfach, ne. Vor allem den Song Red, ach du Scheiße, wenn man das hier lesen könnte, ne. Red Feast Condensed Into One, genau. Geiler Song. Ah, das ist, ja, ich liebe diese Atmosphäre von dieser Art Musik. Geil, geiler, geiler Death Metal für mich. Tja, und dann will ich noch erzählen, weil ich hier das ja so ein bisschen gezockt habe, was mir saugut gefallen hat. Da wäre zum Beispiel Nier Automata, ein richtig geiles Spiel, so Rollenspiel, Action, RPG und sowas, ne. Hack and Slash, ah, richtig schön, hat geil ausgesehen, spielt das auf der Switch. Hat mir richtig gut gefallen. Ist nicht aus diesem Jahr, aber ich nenne jetzt zuerst mal hier Titel, die nicht aus diesem Jahr sind. Da wäre auch zum Beispiel Signalis dabei, von zwei Menschen programmiert. Und, äh, wow, geile Backstory. Hat mich, ähm, sehr an die Zeit erinnert, als noch diese ganzen Survival Horror Games auf der PS1 waren, wo das noch richtig geil Spaß gemacht hat. Und das ist genau hier, das ist so geil. Mit, ähm, schönen Quality of Life-Sachenverbesserungen, die es damals zu der PS1-Ära nicht gab. Das macht richtig Bock, das Game. Und vor allem die Story, die ist, oh, die ist so geil. Ich liebe das Spiel. Und vorne bin ich hinten, das ist, mwah, lecker. Und falls ihr das spielt und denkt, boah, das war jetzt schnell vorbei, spielt es weiter. Spielt es weiter. Es geht weiter, auch wenn es scheinbar zu Ende ist. Und das Spiel lohnt sich. Ich liebe es. Geiler Atmo. Lecker, lecker. Auch geil, aber auch nicht von diesem Jahr, ist Chained Echoes. Wow, was für ein geiles RPG. So richtig, da fühlt man sich wieder versetzt in die alte 16-Bit-Ära, an den SNES und so. Und, boah, das sieht so schön aus und die Story ist auch so geil. Das Kampfsystem ist so gut. Es hat so dermaßen Spaß gemacht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut ist, aber es ist super geil. Leider bisher nur als Download erschienen. Ich hoffe, das wird noch irgendwann in physischer Form released. Heißt von mir auch also Special Edition für 100 Euro. Ich kaufe mir das Ding auf jeden Fall. Hat so Spaß gemacht. Geil, geil, geil. Vor zwei Wochen habe ich auch noch das grandiose Full Void auf der Evercade durchgespielt. Ein kurzes Game, aber macht sehr viel Spaß. Ist so eine Art wie Another World. Allerdings nicht so frustig. Und das war richtig schön. Meine liebsten Spiele aus diesem Jahr wären dann, würde ich mal sagen, auf Platz 3, Super Mario Brothers Wonder. Ich mag normalerweise die 2D-Teile von Mario Brothers nicht so gerne. Aber das hier hat echt Spaß gemacht. Hat saugute Laune verbreitet. War schön. Das war mal ein richtig schönes Jump'n'Run hier. Dann hat mir sehr gut gefallen Zelda Echoes of Wisdom. Das war so ein richtig schönes Adventure. Die Welt zu entdecken und die verschiedenen Rätsel lösen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. War sehr schön. Aber ich denke mal so, mein Spiel des Jahres ist ein Franchise, das ich sehr liebe. Cat Quest 3. Ein RPG mit Katzen. Es ist einfach, es ist schön. Ich spiele das dann immer so schön durch und so. Und ich mag die Spielereihe. Es ist sauschöner Humor. Und sweet. Das Ding ist halt nur sweet. Mag ich. Ja, Ballatro war auch noch geil. Sea of Stars habe ich noch gar nicht gespielt. Obwohl ich das direkt haben musste und so. Also ich habe einige Games noch da, die ich eigentlich noch spielen muss. Und naja. Ich lasse mir immer Zeit. Ich genieße das. Gut. Dann machen wir weiter mit meinen liebsten Musikveröffentlichungen. Und da wäre auf Platz 3 das Album Satan Soldier of Fortune von Departure Chandelier. Ein richtig geiles Album. Das hat mich auch aus den Socken gehauen. Ich mochte ja das Debüt gar nicht so. Ich denke mal, dass das Debüt war. Aber das hier finde ich immer noch richtig geil. Das hat so einen richtig geilen Biss. Ist fies. Und das haut so richtig geil in eine Kerbe rein. So irgendwie Black Metal. Aber hat auch irgendwie was von, keine Ahnung. So ein Reudig irgendwie. So Straßen Black Metal. Irgendwie so geil. Es hat irgendwie so eine geile Atmosphäre. So ein ganz eigenes Ding. Und ich mag die Songs hier. Vor allem diesen doofen Ohrwurm hier. Hard as a coffin nail. Aber es gibt so viele geile Songs hier drauf. Also wirklich jeder Song ist hier geil. Intros und Zwischenspieler mit einberechnet. Finde ich sehr geil. Departure Chandelier. Und bevor ich jetzt zu den ersten zwei Plätzen komme, die sich so ein bisschen ähneln, will ich mal erzählen, was ich dieses Jahr so am meisten gehört habe, was nicht aus diesem Jahr ist. Und zwar zum einen von Blood Incantation die Time Wave Zero. Die höre ich immer noch ziemlich oft zum Einschlafen. Und das entspannt mich. Ich mag den Sound, der mich so sehr an meine Kindheit, sondern die 70er und vor allem 80er erinnert. Das ist irgendwie so ein Feeling, so ein Stranger Things Feeling irgendwie. Und ja, schleudert mich direkt zurück in meine Kindheit. Und das Gefühl hat, das ist mysteriöse. Diese Zeit war halt was ganz Besonderes, finde ich. Auch ziemlich oft gehört habe ich auch zum Einschlafen. Disharmonium. Untreamable Abysses von Blut aus Nord. Das Album finde ich immer geil. Und ich fand es schon am Anfang geil, aber wow, das ist so ein gutes Album. Ich, ich liebe es. Es ist so toll. Sehr schön. Aber das Album, das mich dieses Jahr am meisten abgeholt hat, ist ein Album, ähm, ja, eine Doppel-CD, eine Oper. Ich, ich mag keine Opern, aber dieses Album hat mich, also Wahnsinn, ich liebe es so sehr. Und zwar Aknaten von Philipp Klaas. So hammergeil. So eine neoklassische Oper. Ähm, wer auf Magma steht, auf Tangerine Dream, ähm, wer Orff mag, Karl Orff, Kamina Burana. Ja, dieses, dieses, diese Chöre. Wer Dead Can Dance mag, Jean-Michel Jarre, solche Sachen. Wer da alles so, so ein bisschen vermischt ist und alles so eine geile Atmosphäre. Die Geschichte von Echnaton wird erzählt. Der Echnaton wird vom Counter-Tenor gesungen. Hier sind so geile Melodien. Das Ganze ist so hypnotisch und so, ah, es macht so Spaß, das ganze Ding zu hören. Aber man kann sich auch so Songs rauspicken und das sind so richtig geile Sachen. Und ich liebe diese Veröffentlichung. Und gerade, gerade diese hier, die hat so einen geilen Sound mit der Stuttgarter Staatsoper. Das ist so gut. Schöne Bässe, tolle Performance. Wow, ich kann das nur empfehlen, wer da so ein bisschen offen ist. Hört mal da rein, das ist echt cool. Erinnert natürlich auch so ein bisschen an Koyani Skatzi. Ist allerdings so ein bisschen, ja, erzählst du uns eine Story. Hat auch einen Erzähler immer mal wieder, der richtig cool ist. Und das ist so toll gemacht. Also, äh, ich, ich liebe es. Mein Platz Nummer 2 ist wieder mal eine Band aus Spanien. Und zwar eine Death Metal Band. Und das wäre ein Pestilength mit Solar Chlorix. Wow, was für ein finsterer Klumpen. Ich mag, wie das Songwriting so dahin fließt. So wie bei Cause of Death oder Asphix oder Rack. So dieses Unbestimmte, dieses nicht, äh, diese, diese Norm einhalten, sondern so dahin fließen. Und dieses Gurgeln, die Gesangsperformance hier, die ist so Hammer. Die ist ab und zu auch so derb und so, so brutal. Und, oh, das ist das Ganze kommt so abstrakt rüber. Oh, das ist, das macht für mich auch Death Metal aus. Dieses über die Grenzen gehen. Und, oh, das ist so schön gurgelnd. Und hier wird aber auch geprügelt. Aber meistens ist es so Death Doom mit tollen Ideen. Und das Ganze macht mir so Spaß, weil es auch so richtig gut produziert ist. Gerade auch mit den Kopfhörern, die ich mir dazu gelegt habe. Ähm, die so ein bisschen hochwertiger sind. Macht das Ding so richtig Bock. Das ist, ah, da hört man so geile Sachen raus. Und das ist so toll. So geile Details. Ich liebe dieses Album. Und ich mag Death Metal dafür, dass es solche Musik ermöglicht. Ganz, also wirklich großartig, großartig. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu der Absolute Elsewhere von Blood Incantation. Und dazu will ich erklären, warum diese Scheibe nicht in meiner Top Ten ist. Ich finde, das Album ist gut. Hat gute Passagen. Ähm, hat auch einen geilen Sound und so. Und, ähm, ja, gute Ideen. Allerdings ist mir das Teil zu gewollt und zu zusammengesetzt. Das Ding ergibt für mich keinen Flow. Das ist für mich so, weiß nicht. Da wollte man, äh, unbedingt 70er Prokrock und Psychedelic irgendwas. Da so die Tangerine Dream Sachen und, ähm, solche Pink Floyd und so. Wollte man unbedingt irgendwie mit Death Metal verknüpfen. Und ich hab echt gehofft, dass sie das genial machen mit so geilem Songwriting. Und das, das vielleicht fließend über, ineinander geht oder auch miteinander kooperiert. Aber hier wird immer so, so ein Stück dann so, hier wird immer so alles aneinander gesetzt. Das geht mir nicht ab. Das ergibt für mich keinen Flow. Ergibt für mich manchmal auch gar keinen Sinn. Äh, manchmal ist es cool. Ähm, die meiste Zeit ist irgendwie so, denke ich, ah, jetzt ist eine coole Passage. Ah, jetzt ist die rum, jetzt kommt das. Und ja, cool. Aber es ergibt für mich im Gesamten keine homogene Masse. Und, ähm, da bin ich so ein bisschen enttäuscht. Ich hätte echt gedacht, dass Blood Encantation das so ein bisschen, ähm, besser komponiert bekommen. Dass die da so ein bisschen auch die Sachen ein bisschen homogener miteinander vermischen. Ähm, das ist leider in meinen Ohren nicht der Fall. Und, ähm, ja, mir macht das Album auch irgendwie gar nicht so richtig Spaß, muss ich sagen. Ich höre mir das an und denke halt, ja, coole Passagen, coole Passagen. Aber irgendwie entsteht da nicht so die Liebe. Nee. Im Gegensatz zu meinem Platz Nummer 1. Was ich für sehr unterbewertet halte und für einen der wichtigsten Releases im Death Metal seit Jahren. Ähm, das ist auch nicht von heute auf morgen gekommen, dass ich so gedacht habe. Aber irgendwann habe ich halt mit meinen super tollen Kopfhörern da gesessen. Habe mir das Ding angehört und habe so gedacht, Alter, was machen die denn da? Das ist ja der Hammer. Das hat mich dann wirklich irgendwann, weil ich habe mir dieses Jahr auch sehr viel Klassik-CDs geholt. Und mich sehr viel auch in Klassik reingestürzt und mir die Sachen mal angehört, so richtig intensiv. Und das hat mich tatsächlich an klassisches Songwriting erinnert, an richtige Komposition, so Stravinsky-mäßig. Die Strukturen sind auch so ein bisschen ähnlich und das ist auch so ein bisschen abstrakt und grotesk, was da abläuft. Für mich ist das so, als ob sie die Death Metal Band als Orchester benutzen und mit diesem Mittel symphonische Musik irgendwie komponieren, die aber nach Death Metal klingt, aber so strukturiert ist wie symphonische Musik. Das ist so krass, vor allem die rechte Gitarre, die macht da irres Zeug, die arrangiert da supergeile Sachen. Manchmal fungiert die so wie so ein Synthes, also so ein Keyboard. Hat aber, verteilt aber auch so kakafonische Tupfer, so Noise-Effekte oder so ganz schiere Sachen. Und ich fand das so faszinierend, dass Songwriting es so gut ist. Viele dezent feinfühlig platzierte Dissonanzen und Effekte und Details. Und laufend gibt es neue interessante Ideen. Das Ding finde ich so großartig. Ich könnte mal sagen, es handelt sich um, ach du Scheiße, Chitridium Mycosis Relinguished von Slime Lord. Das Ding, ich würde jetzt echt behaupten, das Ding ist großartiger als die meisten denken. Also ich finde, das Teil ist erstklassig. Das ist auf jeden Fall mindestens ein Level über normalem Death Metal. Das Teil ist der Hammer. Also, ich komme darauf irgendwie nicht so klar. Das Songwriting, das ist nicht so dieses Fers, Bridge, Chorus-Ding, sondern so richtig fließend. Manchmal kommen die Themen wieder, aber abgewandelt. Das Ganze ist auch immer so abwechslungsreich arrangiert. Und wie gesagt, sprüht über vor geiler Ideen. Und ja, das ist auch so eine offene, aber druckvolle Produktion. Es kommt so gut rüber. Der Gesang ist cool. Hier stimmt alles. Hier ist alles richtig geil. Hat auch eine richtig geile, ich würde schon fast sagen, Lovecraftsche Atmosphäre. Und ja, was mich hier vor allen Dingen voll überzeugt hat, ist das Arrangement und die Ideen. Das, was die hier an Songideen, an Themen hier reinbringen, musikalischen. Das finde ich so gut. Das ist auf jeden Fall mein Album des Jahres 2024. Ist aber gar nicht so weit weg vom Napeste-Lengf, die auch so ungefähr in die Kerbe reinschlägt. Aber ja, die sind beide richtig gut und die haben sich auch so ein kleines Rennen geliefert. Aber letztendlich so unter dem Mikroskop ist es die Slimelot. Die ist so fantastisch. Ich liebe das Ding. So geil. Ja, das waren meine liebsten musikalischen Veröffentlichungen 2024. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was so euer Lieblingsalbum war oder was eure Top 10 ist oder Top 100 oder keine Ahnung. Habt ihr auch Kommentare liken und abonnieren und so weiter. Ja, ne. Ähm, ja. Ansonsten wünsche ich euch knuffige Feiertage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kann sein, dass von mir jetzt im Urlaub zwischen den Feiertagen noch ein Video kommt oder zwei. Aber es sieht so aus, als ob da nicht mehr so viel kommt. Ne. Ähm, ich denke da auch an den Leichenkauer. Der hört ja jetzt auch auf und so. Was mich sehr traurig macht. Tendenz schwarz bis heavy wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel laufen. So wie ich das verstanden habe. Mal schauen, mal gucken, mal hören. Und vielleicht, wenn mal noch so ein paar Jungspunde nochmal richtig geil anfangen. Hier, so wie zum Beispiel Kritter der Schwafelrunde. Ne. Äh, vielleicht bekomme ich ja wieder mehr Bock. Aber so ist es halt, ne. So ein einsames Heulen. Eben in der, äh, Schneewüste oder keine Ahnung. Ne. Ihr wisst, was ich meine. Jo, ne. Gucken wir mal, wie das so wird. Ja. Ansonsten viel Spaß noch. Vielleicht bis demnächst. Okay. Tschüss. 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 Vielen Dank.